Zwei-Kampf-Sofa 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 Herzlich Willkommen zum Zwei-Kampf-Sofa Wir spielen Warhammer The End Times Vermintei Ja Zwei-Kampf-Sofa 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 Ein paar Nasenklopfen Ja, machen wir gerne Ähm... Gerne ist das eine Erfolgreich das andere Richtig Äh, äh Wir haben ein Problem Weil wir sind da schon mal drauf gegangen Richtig, und das auch ziemlich spät auch, ne? Ja, aber ich Würde jetzt trotzdem wieder sagen Er ist drauf gegangen What? Ja, in so Massen und dann auseinander gezogen werden Und dann kamen auch so große böse Gegner Wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn ihr da die anderen Folgen schon mal gesehen habt Dass ich Einen anderen Charakter gewählt habe Was ist das hier? Achso So Ja, ja, keine Zeit hier, also Ich... Wir rushen hier Hey, Marksman, ey? Hey, Marksman, ey? Oh, wie ist denn hier lang? Ich bin hier wieder untergeputzelt, ey, Mann Ja, Mann Ja, im Grunde bist du schon richtig, ne? Ich bin Abkürzung gegangen, die mich schneller dahin gebracht hat, wo ich hinwollte, aber... So, wir sind hier So, wir sind hier Spitzel Kommen Sie mal zu mir hier, hallo, wir sind in der falsche Richtung gelaufen, hallo Was machst du denn da? Ich hau auf einen von uns ein, der auch wieder aussieht wie ein Gegner Warum sehen die so aus? Ach, wir haben die Zauberin dabei Äh, mir geht's gar nicht so gut Äh, mir geht's gar nicht so gut Ich bin hier ganz alleine, oder was? Ja, die Zauberin, die Zauberin haben wir bisher auch noch nicht dabei gehabt Die macht irgendwie nichts Die ist auch kaputt Die ist, glaube ich, die muss... Im nächsten Warpoint, äh... Nachgezogen werden, ja? Oh Ganz schlecht für Gesundheit Ich sehe auch nichts mehr Wo stich denn jetzt drin, was denn? Warum denn? Nein, nichts ist gut bei mir Alles gut Warum kann ich die Bombe nicht nehmen? Hast du doch Ja, jetzt Wofür der Zwerg kam, ne? Uh, die Zauberin ist wieder da, hey! Ich glaube ja, dass die Zwerge... äh, die Zwerge... Quatsch Die Zauberin ja richtig rein... Richtig reinkloppen kann Tut sie nur nicht, meinst du? Tut sie nur nicht, oder? Keine Ahnung, aber ich glaube, sie ist ja auch die schwierigste Spielerinnen-Charakter, den man sich wählen kann Was war das? Äh, dieser komische Assassin war wieder da Keine Ahnung, ob ich ihnen was gemacht habe Er mir was gemacht hat Wir uns alle was gemacht haben Das weiß doch keiner Ich hätte jemand hinterher Warum? Das ist meistens eine Abkürzung Irgendwohin, so... da Wo die raufklettern müssen, das ist schon mal gut Und dann einfach auf die Nase kriegen Hier ist das Loch, wo wir durchspringen müssen, glaube ich Das weißt du sogar noch Genau, hier ist das... Hier ist das... Ecke stellen. Hallo. Ja, du musst dich auch mal hinnehmen hier. Hallo. Ja, ich versuche zu dir zu kommen. Ich werde nur wie blöde gehauen die ganze Zeit hier. Ich riskiere Leib und Leben, um dich zu retten und du mochst nur hier rum. Mann, Mann, Mann. Diese Sackratten. Ratten sind es schon mal, oder? Die sind genau auf meinen Kopf gefallen. Das war ein bisschen doof gerade. Doch, Alter. Was ist das passiert? Ey, dann beweg dich doch nicht. Der Zauberin, der Zauberin, der Zauberin. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Wahl war. Wir konnten gar nicht wählen, oder? Du hast gewählt. Wenn du einen anderen Charakter gewählt hast, wurde das uns zugeteilt. So, so. Ich würde mal ein bisschen Feuer sehen zu halten hier. Wenn ich eine Waffe hätte, die schneller nachlädt, als die Armbrust, wäre das cool. Oh, shit. Äh, was mach ich mit dir? Man hört den Controller klackern. Ja, das ist auch unnötig. Was? Das war unnötig? Hallo, ihr habt 120 Kills da. Wo sind die Gegner? Lass mich durch, ich bin Arzt. Er ist durch das Gerät hier diffundiert? Wie macht denn er das? Das Gerät ist eine semipermeable Membran und er ist durchdiffundiert. Wie bitte? Ist wieder in der Schule nicht aufgepasst, ne? Wie bitte? Was für eine Schule? Schule des Lebens. Was macht die Zauberin vorne? Hallo? Ist die doof? Ich brauche mal ein Hellspack oder sowas. Das habe ich gerade leider verbraten. Na. Brauchte ich aber auch ganz dringend. Ja, gut, ist ja okay. So, wir metzeln euch uns durch... Nein. Ähm, ich falle runter und laufe wieder zurück. Ich brauche ein bisschen. Lalalala. Guten Tag. War was? War was. Ist etwas vorgefallen? Was ist denn hier? Äh? Ach, war so ein Ausweichschritt. Was ist denn hier auch? Was für ein Ausweichschritt? Ja, cool. Also ich habe irgendwas ein. Ich weiß, was du den auch hast, aber... Wie machst du den denn? Mit X mache ich den. Mit X hüpfe ich. Ja, ich auch. Aber wenn ich zurück mich bewege und dann Xe, dann springe ich nicht, sondern ich springe zurück. Ich habe den Gatling-Gun grünen Scheißtypen hier erledigt. Kacktypen. Im Vorfeld. Im Vorfeld. Im Vorfeld. Im Vorfeld. Die Laban hier hat sich auch geile Sprüche ab. Ach, du hast einen Headshot gemacht. Wie hübsch. So, ich gehe mal hier durch den Gang hier durch. Du auch? Hier sind wir noch mal draufgegangen, oder? Ich gehe mal draufgegangen, oder? Ich gehe mal draufgegangen, oder? Wenn die Flüssigkeit zu verteilen. Eine kleine Mini-Ratte. Boing. Wenn die nicht immer von hinten kommen würden, ne? Was war das? Mein komisches Geräusch. Ich habe Angst. Er steht in mir drin. Er war tief in mir drin. Das ist, ähm, jetzt wird es sagen, langsam wird es eklig. Rattensex oder was? Das ist auch eine etwas blutige Angelegenheit. Blutige Angelegenheiten mag ich. Was will sie? Das ist die Bomben. Oh, ich habe keine Momoa. Boink. 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 Hier müssen wir wieder runterspringen. Ich nehme erst noch eine Bombe mit, die ich nicht hatte. Sehr schön. Ich spring hier mal runter. Kann ich irgendwie runterlaufen? Oh, hier kann ich auch runterlaufen. Das tut es nicht so weh. Beim ersten Mal. Das war's, was ich. So, ich fange ja mal an. So, die Zauberin, die haben das beschützend hier. Du sagst, du machst noch ein bisschen Hilfe hier. Hättest du gerne Axt, Axt. Axt-Action. Oh, irgendwas Grünes. Irgendwas Grünes. Ja, ja, ich habe es gespült. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Ja, ich habe es gespült. Ich habe mich noch vorbeigeschossen. Wie kann man mir das Schottkart daneben schießen? Arschloch. Na, ich gehe auch in die grüne Suppe rein. Ich trottel. Weißt du, wer ein cooler Nahkampfer ist? Die Zauberin. Zauberin. Ja, die hau die ganze Zeit nur mit dem Nahkampfschwert zu. Ich verstehe gar nicht warum. Oh, hier habe ich einen. Wahrscheinlich ist Mana alle. Das sollten wir bei diesem Ding ankommen. Wenn komme der... Oh, da ist grüßt mein Rücken hier, eine kleine Ratte. Wahrscheinlich ist das wahr, ja. So, der... Das ist doch immer Mana alle. Ich heil mich mal. Ach, so ein beschissener... Ja, 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 ja. Oh, das Horn kommt. Ja, komm, komm, komm. Lass die zurückfallen, lass die zurückfallen. Ich will aber nicht fallen. Lauf zurück. Ich stelle mich in die Ecke. Genau. In die Ecke. Hast du eine Bombe? Ja, vorhin kommt es natürlich auch. Ist ja klar. Ich stehe in der anderen Ecke. Alter, das sind das viele hier. Spritze. Ach, das ist der Fernkampfer. Wo ist die Zauberin eigentlich? Hier vorne, die Metzel ganz vorne. Geil. Die ist echt voll hart. Der geht es aber auch nicht mehr so gut, ne? Du kannst die Helps unten sehen. Und ich fasse eine Bombe rein. Toll. Ach, das wird zu spät. Okay, siehs. Fünf Ratten auf einen Streich. Okay. Ah, das hatte ich schon. Das ist schon. Das heißt, du hast fünf... ... und mit der Runde gekillt. Ich will ein Gatling. Ah! Ist weg. Ey, mein Schild hat mich gerettet. Ich kann mich noch nicht heilen, also... Oh, du bist richtig am Arsch, ne? Ja, ja. Okay, dann gehe ich mal vor. Hier vielleicht hier, in dem Raum. Ja, hier ist gut. Ich brauche Helps. Ich brauche Ammo. Ja, Ammo habe ich jetzt, aber keine Helps. Zwei Mal Munition, okay. Ja, dann nutzen wir mal die Fernkampfer raus und... So, Potions, hast du gesehen? Oh. Du hast irgendwas gesagt, mit Potions? Ja, aber ich weiß nicht wo. Hier. Ja, dann nur welche. Du brauchst nur welche. Ja, ich brauche auch ein Heilpack, aber... Oh. Ich will wie ein Gatling. Ja, leider. Oh, was war das? Ein Dicker. Hinter uns. Ich habe keine Bombe mehr. Geschenke, Geschenke. Oh, Alter. Alter, mich zurückgeworfen, oder was? Ich kann ja nur zuhauen, ne? Mehr kann ja nicht. Ja, nur wenn du vorhin stehst von vorne, kann der echt... Aber du kannst eigentlich dich blocken hier, ne? Also... Aber das funktioniert? Ist ja. Der Zauberer ist tot. Ne, irgendjemand ist gerade down. Ich muss kurz mal rennen, rennen da. Hilfe, sagt sie. Wie mache ich das? Oh, ich kann sie nicht heilen. Sie ist weg. Der ist sich aufgespießt hier. Ist ja geil. Ich auch. Ey, Hilfe. Nein. Ich. Ich. Nicht. Aua. Lass mich los. Schieß. Oh. Oh, danke. Oh. Was ist das? Was ist da hinten, was da liegt? Wiederbeleben. Aber cool. Guck mal, was ist denn hier los? Freilassen? Oh, wir sind auch gefangen genommen worden. Das ist ja geil. Die werden da verschleppt. Irgendwo abgelegt, ne? Wir haben da richtig Angst auf die Nase bekommen hier. Du, Mann, 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 du. Alter. Und eine leere Kiste gefunden. Toll. Weggeworbt hier, ey. Ich brauche ganz viel. Ich bin voll am Arsch. Ja, ich habe auch mal die Hälfte hier. Der Assassinen-Arsch. Oh, Mann, ey. Hier geht es raus, ne? Ich hoffe. Erreiche die Kutsche. Die Kutsche. Wir können abhauen. Ja, aber hier. Er pitts nicht mehr. Na, geht es besser? Er hat mich gerettet. Tolle Wurst. Ouch. Äh, okay. Wir sind zu dritt, ne? Die alte ist nicht mitgekommen. Oh, ist die drauf? Ich sehe die Kutsche. Ja, die ist draufgegangen, die alte. Scheiße. I'm getting in. Du hast die Zauberin gelaufen. Das ist mir scheißegal gerade. Hahahaha. So. Einmal noch Statistikum. Ja, mach weiter. Okay, mach. Ich halt das Schild. Oh mein Gott, ey. So, wir kriegen nur 50 Punkte. Warum auch immer. Weil wir luschen waren. Ach, Würfel muss ich jetzt auch noch. Ich hätte sowas normale Würfel hier. Keine besonderen. Ich habe nur einen. Du hast zwei. Dabei tust du schon besser. Siehst du? Voll im Bogen. Ich habe das. Ich habe das bekommen. Arschgraf, was keiner will. Das ist ein Bogen für die Elfe. Und das ist auch was für die Elfe. Leitläufer Dolche. Und ich habe den langen Boden der Azaren. Na toll. So, Statistik. Erlebt der Schaden. War ich der meiste. Zugefügten Schaden. War ich auch der meiste. Snorx hat im Fernkampf ganz viele Leute umgebracht. Sturmratten warst du auch vorne. Und Kopfschüsse hast du auch ganz viele verteilt. Und wer auch immer Karelian ist, hat insgesamt die meisten Leute umgebracht. Mit dem Hammer, glaube ich, oder? Ja, ich bin immer der Hammer. Okay. Ich bin Doxenburg. Das ist der, der hält wie Kutschschnau oder sowas, glaube ich, im Spiel. Karelian ist die Waldelfe. Aha. So, und dann im Nahkampf getötet. Auch. Kleinratten. Und Eliteeinheiten. Also irgendwie ist die Elfe die beste, oder? Anscheinend. Hm. Er ist in der Schaden. Also, wir sind ja durch. Okay, das war's mit Warhammer, The End Times. Vormtile. Tschüss.